Hallo, heute sind wir bei Aldi und schauen uns einmal die Regale an. Links ist die Kaffeeabteilung. Dort kann man Kaffee, viele Sorten Kaffee und andere Dinge kaufen. Und rechts gibt es kleine Kuchen, wie zum Beispiel, ich glaube das sind Mandelhörnchen. Ja, Mandelhörnchen kann man hier kaufen und viele andere Croissants, Brötchen, Muffins, Cupcakes. Weiter unten sieht man Toastbrote. Ja, das ist ein Toastbrot, es kostet 79 Cent. Das ist Knäckebrot. Knäckebrot ist ein bisschen hart. Hier ist normales Brot. Man sieht, es gibt sehr viele Sorten. Viele Sorten Toastbrot, Brötchen zum Aufbacken. Das sind Weizenbrötchen gewesen. Ja, man kann sogar frische Brötchen hier bekommen. Man braucht nur auf den Knopf zu drücken. Und dann hat man schon eins. Dieses Regal ist leer. Das liegt daran, dass ich erst spät einkaufen gegangen bin und die anderen Leute waren schneller. Das ist ein typisches deutsches Brot. Und das hier sind Schwarzbrote. Garst. Ja, das ist unser Kart. Das ist unser父